Also grundsätzlich atmen wir physiologisch gedacht durch die Nase, um die Luft zu erwärmen, sie zu reinigen und entsprechend zu filtern. Und das hat ja letztendlich auch vom Immunsystem her einen wichtigen Faktor oder führt beispielsweise auch dazu, dass das Stickstoffoxid, Monoxid letztendlich die Schleimhäute anreichert und damit auch den Parasympathikus runterfährt und nachts damit die Atemfrequenz beziehungsweise die Herzfrequenz runterfährt, damit der Körper entspannen kann. Wenn das aber alles nicht gegeben ist und du nur durch den Mund atmest, dann findet der Immunkontakt natürlich logischerweise über den Rachenring statt. Die Ohrtrompete, die ganz wichtig ist, damit eben der Schleim auch abtransportiert wird, die wird nicht mehr richtig belüftet. Viele Kinder haben dadurch Mittelohrentzündung oder eben permanente grippale Infekte, Rachen entzündet und so weiter. Und das ganze System kann natürlich auch sich von dem ganzen Schluckakt an sich nicht mehr ordentlich entwickeln. Denn wenn du den Mund offen hast, dann liegt die Zunge eben nicht wie beim geschlossenen Mund. Du schluckst gerade genau den hinteren Frontzähnen am Gaumen, sondern die liegt eben unten an der unteren Zahnreihe. Und mit offenem Mund kann ja jeder gerne mal jetzt versuchen. Du kannst da nicht optimal schlucken. Du kannst da nicht ohne Äpfel mehr Moration Annette machen. Du kannst da nicht unlimited undverm Wasser specimenen.